Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Liebe Geschwister im Islam Viele, viele Leute versuchen, dass dieser Kanal gesperrt wird. Viele versuchen es. Deswegen habe ich eine Art Ersatzkanal erstellt, falls dieser Kanal gesperrt wird. Plus dazu kommt, ich möchte die Dauer mehr nach System machen. Das heißt, hier möchte ich bleiben bei Kurzfilmen, Kurzvideos etc. Das übliche. Und auf den anderen Kanal war es mehr, wenn es sein muss medienbezogen sein, jedoch auch hauptsächlich Vortragsreihen, etwas längere Videos. Deswegen bitte ich euch, abonniert unseren Ersatzkanal ganz oben in der Videobeschreibung oder hier oben werdet ihr inshallah eine Videobox sehen. Geht darauf, geht auf das Video, geht auf den Kanal, abonniert den Kanal. Seid mit uns, denn gemeinsam sind wir stark inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh